Hey, da schon... Machen wir den Gloucetown wohl. Beiunter sonstiges. Nein. Ob der denn das... War's Gloucetown? Ja. Ähm, ist oben in der Kiste. Also ganz oben. Ach du meinst... Du meinst auf der... Auf der Öfenebene und so. Nein, das ist Feuerstein. Da haben wir. Gloucetown... Ach komm. Halbenstack einfach. So. Jetzt aber hier. Ne, übernehmen wir mal. Jetzt aber hier. Ne, übernehmen wir mal. So. Mein Gott. Mein Internet ist grad echt wieder der Burner. Meins? Meins. Ja, du bist hier aber normal verständlich. Ja, ja. Aber ich mag es hier am Blöcke setzen. Ich setze einen Block, dann ist er weg. Und dann ist er wieder da und... So. Äh... Lapperton kriegst du ja auch noch herstellen. So erstmal ein Lab Pack. Da brauche ich jetzt noch ein Bat Pack für. Und das weiß ich auch wie das geht. 6 RE Batterie. Äh... Dafür brauche ich Refined Iron. Was für eine RE Batterie. Brauche ich kein Refined Iron. Äh ne. Zinn. Du brauchst Zinn. Also ich brauche... 6x24 Zinn. 12 davon. Und 12... Warte mal. 12... Und... 6. 6 Copper Cable waren hier oben noch irgendwo drin. Da habe ich gesehen. Genau. Ähm... Ja, Kite, der macht das alles noch ein bisschen... Ja, gut, ich kenne eure... Ein bisschen Einzel. Ja, Junge. Ich brauche Anordnung doch hier drin nicht. Ja, gut. Da ist schon... Vielleicht auch ein bisschen was durcheinander und so. Und hier und da mal. So, jetzt habe ich schon mal 6 Batterien. Das ist gut. So, was brauche ich jetzt für das Bad Pack? Bad Pack. So. Und nochmal ein Tin und noch ein Advanced... Äh... Electric Circuit haben wir aber da oben. Äh... Electric Circles da... Müssen die rumfahren. So? Ne, so. So, das Bad Pack habe ich auch schon mal. So, mal gucken was ich mit weiter brauche für das... Advanced Lab Pack. Ein Laparton Kristall. Und da brauche ich ein Energie Kristall für. Und nehme mal so Diamanten und Redstone und so. Diamanten habt ihr sie nicht auch in den ersten Kisten. Ne, das ist oben in der Kiste. Das ist das Zeug, was wir alles brauchen für... Die Ultimate Brutzel Appenz. Das Zeug liegt alles oben. So, 1 von den 50 Diamanten, glaube ich mir mal. Ja, ja. Wenn der eine fällt, das fällt nicht auf. Boah, wo sind denn die 50 Diamanten hin? Ja, nimm doch alle 50 mit, das ist doch mir egal. Das ist doch ein Energie Kristall. Muss der geladen sein? Der muss ja nicht geladen sein. Ne, muss nicht geladen sein. So. Advanced Lab Pack. So, jetzt da wieder Lapis Lazuli und noch zwei Electronic Circuits. Das ist kacke, wir haben nur noch einen oben der Kiste. So, sieht doch jetzt gut aus, Pasi. Jupp. Ein Refined. Und hier bauen wir dann so als geringfügigen Lagerhaus auf. Aus was machen wir denn das? Jupp. Aus was soll man denn das machen? Boah, ich konnte mit den Electric Circuit mehr kennen. Wovor stolz und so. Ah, das ist ja wirklich das Einfachste. Anpassungsverzömer. Ja, nach so 60 Wolken kann ich endlich dieses fucking. Aus was für Blöcke? Was? Äh, was? Was sieht gut aus? Keine Ahnung. Ich hab mal Lapatronen Kristall. Und Advanced Lab Pack. So, dann kann ich das jetzt fertig machen. Soll man das aus Ding aus, 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 ähm. What the fuck? Ach ne, das Lab Pack. So, das ging ja so. Äh, können wir mal hier hinterbauen. Bei mir mal. Hä? Müssten wir halt. Äh, Basalt können wir irgendwie herstellen. Ach so, das Bad Pack. Minium Stone und Cobblestone, glaub. So, jetzt hab ich das Lab Pack. Mach ich da jetzt nicht? Ernst drauf? So einfach so. Oh, mein Internet. Ich kann nicht mal mal Kisten öffnen. Ach klasse. Alter. Hat's mich grad schlussgebrannt. Jetzt brauch ich noch ein Advanced Circuit ey. Na? Davon habt ihr aber keinen mehr. Ich kann nicht mal Kisten öffnen. So leckt bei mir grad das Spiel. Ja, das hört man sogar. Ja, ich merk's. Du schlaust nämlich irgendwie bei mir und neben meinem Haus. Aber bei mir bin ich eigentlich schon im Lagerhaus. Okay. Ja, mal kurz. Verbindung trennen und neu drauf connecten. Vielleicht wird's ja besser. Also? Gerade so ey. Hoppst du gar nicht, ey. Wie ich grad so verplant hier ohne Ende bin. Ah, du hier ist grad jemand reingekommen. Ja. Was wollt ich jetzt holen? Ähm. Was halt wollt ich machen? Was halt wollt ich machen? Ähm. Was halt, was halt, was halt, was halt. Nein. Minimum Stone wollte ich holen. So. Ähm. So. So. Jetzt hat das. Und jetzt kann ich's machen. Yes. Ja, ich hab schon mal das Advanced Lab Pack. So, was brauchst du für das? Ähm. Glasfaserquill engine booster. Pfff. Was halt, Koppelstone. Genau. Ähm. Fuck ey. Hat jemand mal Papier? Dann mach ich mir das nämlich in einem Project Table lege ich mir das rein. Als fertigen. Das kann man ja machen. Kann ja Papier machen und dann muss man für das Papier noch irgendwas da drin ballern. Dann kann man ja hier diese Rezepte da drauf ballern. Oh. Und dann? Irgendwie so ging das doch, wa? Ein Project Table oder was? Ja, da kann man sich dann die Rezepte reinlegen. Keine Ahnung. Aber irgendwie... Wenn man das auf Papier macht, ich mach das jetzt erstmal. Habt ihr ein Project Table unten drin stehen? Ne, ne? Ähm. Doch, aber oben haben wir einen. Ja, oben nützt er mir gerade nichts. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das ging überhaupt mit diesem Papier. Bleh. So. Äh. Pasti, da macht man dann... Papier ist falsch. Da brennt man dann den normalen Basalt und machen dann Basalt Bricks. Blank Pan! So, da bräuch ich jetzt noch... Ne, muss ich auch wie du. Summe Crafter. Ja, aber man muss ja mitpflanzen. Normale Basalt Pavo. Boah, wir haben genug, ey. Zum Glück haben wir Indigo Flower. Ganz, äh, rotz doch. So, ich glaub mir... Klammern grad euch mal, äh... Eine Basalt Gobble Stone hast, musst du ja erstmal noch, ähm... Ja, den musst du zum normalen Basalt. Brenner, ja. Hä? 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 Geh mal rein. Äh. Äh. Dann geh ich mal ausverhalten nach einem Vulkan. Und dann noch mal... In... Also... Wo... Einfach aus dem Inventar hat. Ich sag Leute, hier geht das im Inventar. Im Lightpack muss man Indigo, äh... erst durch so ein Ding durchballern. Echt? Ja. Also durch den Meshretter. Hier hör Papier her. So, wo gibt's denn hier ein Vulkan? Ähm... Ich weiß wo. Ich such grad einen. So, jetzt hab ich Blank Plans. So. Äh... Ich find nur keinen. Project... Project Table. Mach ich jetzt am besten einfach ne... Brauch hier unten einfach einen rein noch. Basti, du weißt wo ein Vulkan ist, oder? Ja. Mein Stiefenvulkan. Wo haben wir denn Holz? Welche Richtung müssen wir denn da vom Dorf aus? Da. Da ist Holz. Also ich stand jetzt im Dorf. Da ist schon mal ne Truhe. Äh... Holz hab ich... Project Table nochmal gegen. Also... Und ne normale Werkbank brauche ich noch. Ja, so knapp Südwesten. Hey, Erumschaft freigeschaltet! Ich hab... Südwesten von Dorf. Ja, warte. Äh, shit. Nein. Alles klar. Holz. Flieg einfach voraus, ich komm mit. Was? Ich hab mal bloß kurz was zum Fodern. Aus Südwesten hast du gesagt. Achso, Richtung wo wir das Lagerhaus bauen. Ne? Bei mir ist es anders. Keinen normalen Stein mehr? Nein. Ja, ich merk's gerade. Also erst mal gerade hier fünf Cobblestone braten. Ich hab dran. So. So. Ach, Vollidiot. Ich leg das erstmal meinem Maze Rad da rein, ich idiot. Hab ich das... Hab ich das...? Ihr habt denn's Deck hin geschmissen. oh ja ich sehe es gerade danke weil ich kann mit dem leeren inventar man hat schon voll so jetzt meine richtung aber mir ist es nordwest so project table jetzt einfach mal andere seite da lege ich jetzt was rein und was wollte ich auf dem project table legen was ist noch jemand keine ahnung ja auch nicht ach genau carbon aber doch da ist das ist geil aus da wollte ich mir machen wollte ich mir dahin legen wenn ich das jetzt darauf legen das denn jetzt muss ich jetzt auch noch ein scripting hinpacken wahrscheinlich alles gleich habe keinen plan wie es mit diesem blank dingern funktioniert also engine booster bräuchten overclocker für bräuchte ich hätte mir irgendwas mit warum brauche ich mir nicht einfach ein fucking normales ich werde die ganze aufnahme nur hier dringend steht ja zweimal wie es mir und passier ab und zu geht wenn wir irgendwas basteln hatte aus cool an zent mache ich aus wort erzählen auch war doch water cell und hin ja gut dass wir noch hier 27 von diesen dingern haben so ja das stimmt so naja erstmal ein project table ein blablabla ich brauche ich bei engine booster das heißt die zwei auferglocke und electric circuits muss ich auch erstellen da kommen erst mal hier so davon machen ich hasse vulkane nein 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 verlauter lecken hat mich wieder anzündet warum machst du denn das heißer junge da noch einen drauf ja das gute ist nur dass ich immer ein eimer wasser dabei habe nach dem saufen auch was wozu das denn aber klöcke ähm pflanzzellen da rein naja hier brauchte ich noch drei kann man nur so machen naja was halt so oh kacke hörgert auf ich brauche sechs noch zwei noch zwei so eins zwei zack habe ich schon mal die auferglocke boah mächtig stolz mächtig stolz so äh advanced alloy ach klasse refined iron bronzer advanced alloys liegen oben in den kompressionen glaub noch zwei stacks auf oh geil oh oh die kompressionen nein nein ne 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 ja du hast gesagt refined iron wäre da noch drin ne advanced alloys ja wo packe ich die anderen events alloys hin die mir gerade übrig sind irgendwo oben in der kiste na gut so sobald komme ich immer rüber gerade wenn ich was brauche wenn ich mit quantumhose und dann ich sage da bist du gleich bei dir mit quantumhose so äh so äh äh eisengitter heat refined iron und klasse gitter habe ich hier gefunden hier war eisengitter we find iron habe ich auch noch gerade we find iron habe ich auch noch gerade ähm und auch zwei von denen die die sind die die sind brauchte vier war doch dass ich mich hier sehen das ist wegen der eisen wir brauchen basalt die wird zumindest mal nur den boden aus basalt mann weil sonst schon mal da so einen komplett schwarzen block hinstellen ist glaube irgendwie ein bisschen zu dunkel dann auch normales eisen gerade habt ihr gerade gar nicht nicht alles eisen und ein eisen glaub da liegen sieben oder acht stacks in der arztse kiste ja ja wie gesagt ja gut gehe ich mal eben durch brutzeln aber schmeißt zuerst einen eiserator ja ja haben wir keinen eisen hast du medium stone dabei ist doch auch egal schmeiße halt da rein ja weil gold ist nämlich noch da wenn wir meisten brauchen dann wird es aus gold machen da ist eine ich muss den basalt nachher nicht mehr brutzeln okay mit meiner behutsamkeit spitzhacke gerade ab so jetzt muss ich erstmal eisengitter machen zack 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 jetzt habe ich noch zwei davon so dann habe ich auch gleich diese heat dinger so jetzt brauche ich noch wieder zwei diamanten die glaube ich mir auch noch mal eben von euch ihr habt ja machst du nachher mit gold und mediums dauern einfach war wieder neu richtig muss immer noch machen je nachdem wie ich gerade lust habe was oder ja 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 ihr habt ja diamanten da rein und jetzt ja gut dass ich noch gitter habe das ist also zwei auch die zwei von den dingern wahrscheinlich nicht ich habe ich eins zu viel gemacht gerade ja doch nicht ich brauchte jetzt so alles klar kann ich erst mal sein lassen jetzt muss ich erst mal noch zwei